Meine Reizsinnassistentin Claudia hat gerade nochmal die Lose gemischt, damit heute bei der 10. Zwischenverlosung vom großen M&M-Gewinnspiel nichts schief gehen kann. Die erste Gewinnerin ist die Melanie Wutzenlaub aus Karben. Die zweite Gewinnerin ist die Lisa Müller aus Frankfurt. Und die dritte Gewinnerin ist die Karin Joostmeier aus Steinfurt. Herzlichen Glückwunsch! Wahrscheinlich gehe ich euch schon auf die Nerven mit meinem Satz, ihr kennt es ja schon. Alle drei Lose wandern direkt wieder in die Lostrommel rein. Nehmen schon nächste Woche an der letzten Zwischenverlosung vom großen M&M-Gewinnspiel teil und natürlich an der Hauptverlosung am 30.04.